Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategietiger des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Mittwoch, den 25. März 2015. Unser Land ist quasi paralysiert durch den Unfall der Maschine von German Wings, das Airbus in Frankreich. Gestern haben alle ihr Mitgefühl ausgedrückt für die Familien, für die Angehörigen. Der Opfer, auch an der Börse, war eine bedächtige Stille. Die Aktien von Lufthansa und von Airbus waren zeitweise unter Druck, haben aber im Laufe des Handels ihre Verluste wieder aufgeholt. Insgesamt merkt man doch an solchen Ereignissen, wie nebensächlich doch das Börsengeschehen insgesamt ist. Für morgen ist dann eine Trauerfeier im Bundestag angekündigt. Wir werden sicherlich noch einige Tage brauchen, bis wir die Ursachen dieses Unglücks geklärt haben. Wenn wir es denn überhaupt geklärt haben, denn normalerweise, wenn die Voice Recorder und die anderen Aufzeichnungsgeräte gefunden werden, dann ist auch nicht unmittelbar mit neuen Erkenntnissen zu rechnen, so wie das gestern Abend schon angekündigt wurde. Also insofern heißt es hier jetzt noch warten. Wie ist das Börsengeschehen heute? Wir sehen eine Seitwärtsbewegung um die 12.000 Punkte. Wir hatten das ja schon angekündigt an dieser Stelle, dass wir jetzt mehrere Ausbrüche nach unten sehen werden, die dann aber relativ schnell wieder aufgeholt werden und in so einer Zickzacklinie die Bewegung fortgesetzt wird. Und ich rechne auch heute, morgen damit, wir sind im Moment über der Marke von 12.000 Punkten, dass wir heute wieder im Laufe des Vormittags über den Mittag hinweg nochmal 100, 150 Punkte abgeben werden und die dann aber auch schnell wieder aufgeholt werden. Also insofern nichts Neues an der Aktienfront hier in Deutschland. Einen Tipp möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, den wir auch im neuen Frankfurter Börsenbrief dann aufgreifen werden. Deswegen hier schon mal vorab, Zalando eine neue Schrottspekulation zu wagen. Einfach deswegen, weil das Unternehmen ja eigentlich sehr gute Zahlen gemeldet hatte. Umsatzanstieg über 26 Prozent und dann aber für das laufende Jahr auch wieder eine Steigerung um 20 bis 25 Prozent ankündigte. Sogar 2.000 Stellen neu schaffen möchte auf über 7.000 Stellen. Das hört sich alles sehr gut an und man denkt, wenn man solche Zahlen hört, Mensch, das ist ja ein Unternehmen, das richtig schnell wächst und richtig in die Höhe schießt. Aber für mir drängt sich der Eindruck auf, dass die Aktie demnächst in einen Tiefflug übergehen wird. Wie kommt das? Die Samwa-Brüder, die das Unternehmen gegründet haben, über ihre Plattform Rocket Internet, die haben in Windeseile große Teile ihrer Aktienpakete an Zalando verkauft. Auch andere Großaktionäre haben ihre Anteile verkauft. Und zwar noch vor Ablauf der Haltefrist. Das ist ein absolut einmaliger Vorgang. Normalerweise wird wenigstens diese Schamfrist eingehalten, um keinen negativen Eindruck für die Aktie zu geben. Aber hier wurde ein Paket von über 425 Millionen platziert, ohne Rücksicht auf diese selbst auferlegte Lock-Up-Periode. Und das bedeutet, man will so schnell es geht hier aus dieser Aktie raus. Und das macht natürlich einen schlechten Eindruck, wenn die Insider so auf die Verkaufstasse drücken und so rasant aus dieser Aktie fliehen. Und dann ist normalerweise da etwas faul im Busch. Das heißt, normalerweise, das gibt es eigentlich gar nicht, dass Aktionäre vor Ablauf der Lock-Up-Period sich von solchen Papieren trennen. Das heißt, wir sehen es auch hier, die Unterstützung bei 22 Euro ist nach unten durchbrochen. Das sieht auch technisch sehr negativ aus. Das heißt, mein heißer Tipp, gehen Sie bei Zalando auf die Short-Seite. Das waren die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich dann wieder für Sie da. Alles Gute, Ihr Beinand Lenzi. Vielen Dank.